Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und wir weiter geht's mit Ori. So, ich bin gerade am überlegen, ob wir hier oben mal lang machen. Machen wir jetzt einfach mal. Ne, ok, war doof. Ok, das hat funktioniert. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier richtig mache, ach das nicht. Ich würde bestimmt wieder so eine Kerze sein, die wir anschießen müssen. Au. Ok. Ok, brennt jetzt, aber irgendwie... Ich weiß nicht, was die jetzt gemacht hat, aber auch die brennt. Ne, wir haben es jetzt da schön warm. Keine Ahnung, was sie gemacht hat, aber in mir habe ich das Gefühl, die hat nichts gemacht. Das ist eher mal egal. Aua. Na komm. Na, nein. Geht's. Geh jetzt zu. Ok. Hier ist alles vereist. Hier muss bestimmt irgendwo in der Nähe im Licht sein. Äh. 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 Pistig. Mein guter. Aber warte mal, was wir hier. Oh, Aua. Was wir vielleicht bei der Arena machen sollten. Wir sollten auf Blitz gehen vielleicht. Geht's. Okay. War jetzt doch nicht so schlimm, wie ich das irgendwie erhofft habe, aber wir nehmen ja lieber wieder Lichtstrahl, weil hier alles so vereist ist, habe ich das Gefühl, dass man hier das enteisen kann. Oh, guck mal, das kennen wir doch. Hier wollten wir letztes Mal hoch. Könnt ihr euch daran erinnern, wo wir das so lange versucht haben? Das sieht ja irgendwie aus, als sie hinter eine Höhle wäre. Ich täusche mich, glaube ich, einfach nur. Achso, ja stimmt, ich habe ja Fähigkeit gewechselt. Ja gut, dann machen wir es halt so. Okay, hier müssen wir mit der Fähigkeit höher. Ähm. Das war doof. Das Problem ist, was ich gerade hier sehe, ich habe kaum noch Mana, was passiert denn eigentlich, wenn ich jetzt hier ohne Mana rumstehe? Boah, PCD, du Egel-Packet, du. Kann man hier irgendwas machen? Nö. Okay. Ist hier unten, warte mal. Okay, hier ist nichts. Hier geht es aber auch hoch. Warte mal. Wir sind fast da. Okay. Wir sind fast da. Ich habe aber ein doofes Gefühl, dass irgendwas jetzt auf uns zukommt. Hey, ein Irrlicht. Uh oh. Alles klar, ich bin weg Das War schlau Geil, dass inszeniert ist Oh oh Ah, okay Oh, ich bin weg, oh no Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet Oh Unalue Ocha, Sogropa, Opala, Igasafuara, Navrego, Nishtar. Heißt das jetzt wirklich, dass der Schnee komplett verschwindet hier oben? Da bin ich jetzt wirklich gespannt. Ah, okay. Ah, okay. Man hat ja schon ein bisschen Mitleid, wenn man das sieht. Ah, okay. Ah, okay. Ah, okay. Ah, okay. Sie wird halt von allem verstoßen. Ah, okay. 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 vielleicht hier hingehen müssen. Wir gehen da jetzt mal hin, weil jetzt haben wir ja eine neue Fähigkeit. Vielleicht funktioniert es jetzt besser. Oh, ups. Okay. Ich muss ja immer noch sagen, dass der Soundtrack extrem geil ist. Ich laufe gerade. Ne, ich laufe richtig. Oh, ey. Okay. Ich habe mich leicht dumm angestellt. Jetzt komme ich wieder hier hin. Mann. Und der erste One war so gut. Ne, jetzt schaffe ich das wieder nicht. Okay, ab den... Hallo. Ah, ich muss mal... Warte mal. Ich muss auch mehr mit der... Ah, Mann. Ich muss mehr mit der RB-Fähigkeit arbeiten. Das habe ich jetzt die ganze Zeit nicht gemacht. Oh, nee. Mach das jetzt mal nicht. Ah. Okay. Unruhe. Ein neuer Geistersplitter. Unruhe. Feinde werden schneller wieder zum Leben... Wä? Okay. Okay. Das bringt mir jetzt was. Also ich... Klar, ich kriege dann mehr Geistersplitter und sowas, aber ist jetzt an. Ne, unbedingt so, ne. Okay, dann haben wir das hier unten auch geschafft. Das ist sehr schön. Das heißt, wir können jetzt eigentlich... Ich bin gerade am... Also die Mission verstehe ich irgendwo nicht. Erkundet die Windwüste in der Nähe der Schaufel. Vielleicht hier oben. Also wo meine Hauptmission mit ist. Sonst habe ich keine Ahnung, wo... Wo hier eine Schaufel sein soll. Da bin ich ein bisschen überfordert jetzt gerade. Mit der Mission. Aber ist nicht schlimm. Ich bin immer überfordert. Da muss ich mal kurz gucken. Wo komme ich hier hin, wenn wir jetzt hier runter machen. Runder, runter. Ja, gut. Die Begrüßung war auch ein bisschen scheiße jetzt gerade. Okay, wir müssen jetzt wieder da hoch. Woah. Wir müssen hier rausf أ Ich bin... okay ich dachte jetzt wirklich ich fliege gleich wieder runter aber hier geht es ja noch höher würde ich mal gerne gucken ob ich glaube hier ich glaube hier oben ist nichts ich glaube nicht dass hier oben was ist doch hier muss hier muss ja was sein da seht ihr das hier so und der bereich egal okay nun können wir das herz des waldes betreten dann machen wir das doch mal ja ja Okay, und damit sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin haut rein und tschüss.